Unsere Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, 400.000 Wohnungen jedes Jahr neu zu bauen. Bauministerin Clara Gelwitz hat jetzt zugegeben, dass dieses Ziel komplett verfehlt wurde. Und ja, das hat sie erst jetzt gerade getan, obwohl das Ganze schon absehbar vor mehreren Monaten war und man hätte noch dagegen steuern können. Geschoben wird das dann natürlich wieder auf die aktuelle Situation, die schwierige Lage etc. pp. Das ändert aber nichts daran, dass wir einfach zu wenig Wohnraum in Deutschland haben. Aber nebenbei läuft ja auch die neue Grundsteuererklärung, wo man angeben muss, wie viel Wohnraum man besitzt. Wartet mal ab, da kommt noch einiges auf uns zu. Vielleicht muss man dann irgendwann jemanden bei sich wohnen lassen, wenn man zu viel Wohnraum hat. Schreibt eure Meinung da rein.